Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. unserem Minecraft-Marser Brothers & Team mit Libubbi mit welchem Thema können wir nun aussuchen mit Stiefel, Stamfstamf Haus oder Eishockey 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 Mach Eishockey mach ich Was machst du denn? Was hast du denn gebraucht, Alter? BUM BUM Ist das ungefähr die Mitte? Ja, bestimmt So, hier ist so ein Mach doch mal die scheiß Partikel da weg Jetzt kommst du die Partikel nicht mehr weg, oder was? Ja Boah, Alter Mann, ich hab so ein richtig nerviges Ambossgeräusch die ganze Zeit Wieso kann ich hier nicht mehr abbauen? Weil du scheiße bist Hallo? Geht doch, geht doch Ich hab so ein dumm Teammate Ja, genau, du Du Eier, komm Ah, je, je, scheiße, hier ist das ganze Tor wieder hin Hey, ich wollte ein Tor bauen Ja, du bist doch Als Mauler, Alter Dann bauen wir noch drei Menschen hin Und dann passt das Eins ist viel schöner Nicht mehr ansonsten Du hast schon, dass wir zwei gleich Tore bauen müssen, oder? Ich will mein Steinwolle-Propen bauen Jungs, du siehst kein Tor aus Junge Aber das ist ja wunderbar Ja, als Mauler Du hast einen Deckel drauf Ja, Deckel Du bist auch so ein Deckel, Alter Kerbamex, Hohespaus ist ein wunderschön Mensch, Alter Wann hältst du davon, wenn du mal ein Tor baust? Ah, ein Tor Ah, Tor, 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 Tor Du bist so ein Menschen bauen, lass mich in Frieden Genau, lass mich in Frieden Ich kann kein Mensch bauen, lass mich in Frieden Das ist ein fetter Mensch Ja, du kannst kein Menschen bauen, da stimme ich ihm zu Das ist genauso ein fetter Mensch wie Fabi, Alter So, ähm Zurück ist das ja alles vorne und hinten nicht symmetrisch Äh, no Oh, läuft schon Jo, der hat auf jeden Fall, äh, feine Beine Da ist ein Wassergrop Vollgepackt, meine schöne Sachen, Alter Oh, Junge So Ja gut, meiner sieht aus wie, ja egal, das sage ich jetzt nicht So, und hier dann so Der Eisenschläger Damit es auch schön wehtut, wenn man den ins Gesicht bekommt Ja So, ist halt ein bisschen fett geworden, aber ja Muss auch ein bisschen real bleiben, ja Ähm Ja, sie wollte sich selber auch mal bauen Genau So, äh, wie kann man denn so einen Puck da bauen? Am besten mit Teppichen, oder? Ja Ey, man, kenn ich Mann, jetzt ist dein hässliches Kunstwerk im Weg, ja Das ist... Ähm Mann, deine Beine sind zu fett, Alter Ich hab's ja schon gesehen So lustig Hahahaha Naja, da ist der Schritt was hängen geblieben. Ja, weil mir ist hier jetzt was hängen geblieben. Hallo? Ich muss hier noch schnell mit Bolle alles vollbauen. Hausi, kannst du mir hinten mal kurz mein Schneeband zu bauen? Nein, ich muss da das Tor noch bauen, ich muss hier noch andere Fuzzi hinstellen. Also deiner sieht ja doch halbwegs gut aus. Dankeschön. Deiner sieht einfach nur aus Koks aus. Äh, auf Koks aus. Aus Koks. Du bist auch auf Koks, Alter. Du musst alle Blöcke voll Koks nennen sollen. Wir brauchen auch Arme hier, der Willi. Alter Willi. Von dir? Ja. Hä, noch eine Minute? Ja. Was meinst du, ob ich so schnell arbeiten will? Na, ich bin nur wo, selbst heute. Äh, oh, hab ich verbaut. Wir geben einfach jeden, äh, als er blieb, den du passest, oder? Alles klar, ja, machen wir. Oh, ne. Ah. Gesundheit. Das war ein Husten, aber dann gut. Das sollte man Husten da werden. Junge, dieser Größenvergleich einfach. Brudi, noch größer. Der braucht noch schnell einen roten Mund. Meine hat eine Glatze. Der ist Glatzkowski. Ja, äh, Glatze, äh... Nein! Oh, scheiße, warte. Äh. Okay. Die Spiele spielen, ist okay. Äh, bekommen, ist okay. Oh, ist voll. Ja, so... Nein, ich kann von... Nein, ich kann von... Herr, aber schlecht. Jetzt ist es grauenvoll geworden. Warte langsam. Äh, hä. Ja, ist... Es ist einfach nur... Nur, nur... Es ist aber... Es ist okay. Ist schlecht. Alter, Junge. Ja, ist okay. Ist eigentlich gut, aber... Nein, da finde ich noch ein Tor oder sowas. Oh, ich habe ein Standbild. Was macht der alleine auf dem Eis und unten oben ist alles weiß? Ja, ich bin immer noch von dem anderen Typ hier. Hallo? Wer ist denn jetzt teleportiert heute in der Runde? Das ist schlecht, da hätten ein paar... Hallo? Paar von Typen mit dem Zylinder. So, ich bin gerade rausgeflogen, weil kurz das Fehler weg war, deswegen ist mir jetzt eine 9-Runde drin, neues Glück. Und ja, alles ist scheiße. So, zack, zack. Achso, in der letzten Runde sind wir 8er geworden. Genau. Ja. Äh, Fabius Konzert hat leider alles zerstört, deswegen ist mir 8er geworden. Hey, meine sahen geilslos. Ah ja. War vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber... Mein Typ hat mir wieder so einen Wasserkopf. Ich hab gerade so oft früher Anschluss oder sowas geguckt. Hast du denn dein Kunstwerk angeguckt und gelacht oder meins? Meins. Deins ist sowieso zum Lachen. Ja. Was ist denn das? Okay, sauberstab, da könnt ihr... Nein. Du weißt, was du da denkst. Nein, will ich nicht. Doch. Sorry. So. Du weißt, was du da denkst, ja? Äh... Äh... Ich hab auch ganz viele Zauberstäbe. Er hat den Maul, Alter. Mein Ziel ist es, wenn es nicht letzter zu werden. Das haben wir schon mal erreicht. Wir haben hier verschiedene Schauberstabarten. Schauber... Schauberstab. Wir haben verschiedene Schauberstäbe. Zum... Ich baue eine bunte Palette Schauberstäbe. Ach, nö. Was denn? Nein, sag mir nicht, du bist du mir raus. Nee, komm, man kann Beton benutzen. Ich muss Telegramik nutzen. Scheiße. So. Ich hab ganz viele Schauberstab. Schauberstab, weil du bist aus dem Schauberstab. Ich geh mal einen Schauberstab an. Oh, Concrete kann man ja gar nicht benutzen. Ähm... So, jetzt breit Tegel. Äh... Noch ne Frage, macht er nicht mehr Kunstwerk kaputt? Noch nur ne Frage. So, Bokus, Bokus. Doktor Platzkowski. Doktor Wasserkopf. Lalalalalalalalalala. Oh. E. Tön. Fabi! Das ist mein Konzer. Junge! er gehört ja nicht zu deinem ist nur nicht so viel platz wieso hat dein platt kopf eigentlich keinen mund ich kann eine fresse alter der hat weder einen mund auch eine nase ja also dein gestank nicht aushalten ich hab den tipp wenn du noch schnell eine etage höher gezogen hättest du hättest nur am mund einpflanzen können hat auch am mund hat nur den mund weggezaubert alter ja das sieht auf jeden fall besser aus ja das will gar nichts ja bladkowski burdo aber geht eigentlich voll hier die ganzen kleinen zauberstäbe die sind voll scheiße was kommt zu dir ich bin eigentlich voll zufrieden geht eigentlich voll klar soll den großen zauberstab noch abreißen nö ok wir haben einen super zauberstab hier ja also ich bin ganz happy eigentlich ja ich auch das ist ein das ist ein schlecht schliee schliee ja die brille kann man da auch nicht kleiner machen kann man da auch nicht was ist das bitte alter grauenvoll Okay, wenn das nicht so ein nerviges Geräusch wäre, würde ich jetzt die ganze Zeit immer auf Grauen, also immer gedrückt haben. Ah ja, das ist auf jeden Fall easy. Wow! Nice! Was ist das? Scheiße, gleich platzt das. Kein Stab. Äh. Äh. Das ist schlecht. Ah, jetzt hört das Geräusch. Kein Tänk. Achso. Äh. Das ist okay. Oh, es hat einen Zauberstab. Der Dicke hier hat den. Nee, sorry. Und der Dünnige auch. In dem Sinne, da sieht es zwar eher ein bisschen kräftiger aus. Das ist da. Karol voll. Karol wegmelden. Report stetig. Kling. Komm. Das wird ja mal besser. Leute, das sieht... Das ist... Zu ähnlich was aufbauen mit dem Hase. Ja. Ich werde auch ein Hase. Du hättest ich da reinstellen müssen. Ja, dann musst du zumindest ein bisschen größer werden. Und aus Beton, Alter. Sonst raus. Ja. Äh. Das war so ja komplett. Und das ist jetzt explodiert, Alter. Fläppig da raus. Was? Was? Das ist jetzt wahrscheinlich so der Gewinner, oder was? Oh, ein Grauenfall. Sorry. Sorry. Ein Baum, Alter. Als ob das nicht geplatzt ist. Das ist jetzt ein Baum. Ein Baum. Report. Blech. Weck gucken. Ja. Ja, gut. Gucken wir mal hier die Randbauwerke an, du. Als ob das jetzt explodiert. Wie hieß der gerade? Nice oder sowas? Der gewinnt, Alter, fläppig aus. Ah, das ist okay. Das ist okay. Oder gut. Oder okay. Wie viele Leute sind wir denn noch hier drin, Alter? Ja, da ist er alleine. Hä? War er nicht schon mal da? Äh, nö, aber das ist ein Hopp. Aber er ist ja genau. Äh. Hm? Das war von hier an. Von wo? Äh. Grauenfall. Wahrscheinlich da was. Ja, neun Tag. Das ist wirklich letzter. Ja. Ja, ich. Ich würde sagen aber, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch euch ein. Da ist es noch schon Tag. Ich hatte für meinen Fall vorbei. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschau. Tschau.